Als ich aus dem Urwald nach Amerika fuhr, fuhr ich da mit dem Schiff? Ja. Der scha die Reise gegen meinen Willen? Ja. Auf der Schiffsreise lag ich da in Ketten. Ja. Bin ich die Geschichte des Negers in Amerika? Nein. Also dann muss ich King Kong sagen. Bravo, wirklich beeindruckend. Und weil ich die richtige Antwort gefunden habe, müssen sie jetzt alle ausdrücken. Ja. 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 Also, wer ist der Nächste? Stürmbahnführer, ich möchte nicht unhöflich sein, aber wir vier sind sehr gute Freunde. Und wir haben uns lange nicht gesehen. Also Stürmbahnführer, ich fürchte, sie stören. Ich bitte um Nachsicht, Hauptsturmführer. Aber nur, wenn das Fräulein hier meine Gegenwart als Störung empfindet. Ist es Fräulein von Hammers Mark, störe ich sie? Nein. Das habe ich mir nämlich gedacht. Der Hauptsturmführer scheint einfach nur immun gegen meinen Schad zu sein. Na, natürlich störe ich. Und dann werde ich Ihnen und dem Fräulein adieu sagen. Ja. Ja. Meine Herrschaften, gestatten Sie, dass ich Ihnen nachschenke. Erik hat eine Flasche 33 Jahre Whisky aus dem Schottischen gut angefühlt. Erik, der 33er. Und frische Gläser. Dich er ist doch eindeutig nicht in Amerika gebucht. Drei Gläser. Auf den Urwald oder auf den Orient? Das ist das Geräusch meiner Walter, die direkt auf Ihre Hoden gerichtet ist. Ich habe eine Pistole auf Ihre Eier gerichtet, seit Sie hier sitzen. Dann sind wir zu zweit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.